Jo. Aufschrauben? Ja. Aufschrauben und dann... Genau. Ja. Geht hin. Oh, ist die Malko da? Die Fräule. Ist einfach so stehen lassen. Nicht wie du in ein Röhrchen reinstecken. Es gibt ja nicht ein Fiasco. Ja, ist nicht empfeindeswert. Das ist ganz schön, gell? Dreh noch mal ein bisschen seitlich zu mir. Ne, andere Seite. Oh, ja. Ich glaub da will jemand rein. Zu laut. Oder... Ne. Ist zu. Das ist gut. Das ist gut. Ich muss da irgendwie... Aber noch hab ich nicht... Oh, shit. Den Schlüssel fuhl hier unten. Den anderen von denen sollte man irgendwo in Braunschweig deponieren. Macht irgendwie mehr Sinn. Im Schaub, ja. Ich hab ihn halt... Ich hab ihn halt innerhalb von 10 Minuten hier mit am Space. Tagsüber. Also zwischen 78 Uhr auf jeden Fall. Sind wir da wieder zwei? Ja. Moin. 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 Andreas mein Name. Ich wollte mal reinschauen. Ja. Ja. Schau rein. Ah. Noch gibt's so viel Events. Nicht wirklich. Nice. Noch ziemlich... Alles im Chaos hier, aber... Ich will mich mit einem von euch mal über den Kühlschrank unterhalten. Das war ich... Ah. Ich hab Bilder. Ja, hatten wir doch schon gesehen. Also, du hattest glaub ich ne E-Mail gesch... Ne. Ich hatte ne E-Mail gesch... Genau, ja, ja, genau. Das hatte ich gesehen. Wo ist denn ne blöde Mail gesch... Also, ja... Kristallisiert das immer? Ja, klar. Mal ziehen wir nicht langsam jetzt. Ja, aber es sieht cool aus, weil unten zusätzliche Flocken entstehen, die jetzt aufsteigen. Ne, ich such grad auf dem Normalverteiler ne Mail durch die Sch... Wir wissen, ob da mein... Das ist schon ganz schön sweet. Meine Mail vorhin versigniert war. Ich glaub... Was habt ihr da vor? Die ist unterkühlt und kristallisiert jetzt irgendwie aus. Nachdem man sie öffnet. Okay. Weil der Kühlschrank kaputt ist. Ja. Ja.